So, jetzt willkommen, Leute. Ich muss gerade noch aufessen. Was hast du denn gegessen? Ich habe hier schöne Spakete mit einer Hackfleischsoße gemacht. Jam, jam. Das läuft. Ja. Lecky, lecky. Woher dachte ich... Was ist das? Was ist das? Ja, gimme, 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 gimme. Gimme, gimme, gimme. Hackfleisch! Hackerfleisch! Das ist der Hackfleischverkackene Facka. Ich sehe mich ja... Achso, können wir Kassel noch bei dir? Dann? Second Rotation? Tja, tja, tja. Willst du bannen? Kassel würde ich ganz gerne bannen. Weil ich nicht so Lust gegen zu spielen. Alter, Twitch hat logisch. Lida ist OP. Gestern einen Panther mit ihr gemacht. Okay. Ja, dann. Da weiß jemand, was Sache ist. Wenn du einen Panther damit hinkriegst, dann muss sie ja wohl OP sein. So. Das ist jetzt noch Kuchas motivierte Lautstärke, ne? Ich? Ne, keine Ahnung, was du meinst. Aber das ändert sich ja nicht. Ich meine, ich habe heute ausgeschlafen, so ich habe noch Power. Also meine Lautstärke ist gut, oder? Ja, ja, ja. Sah nicht. Super. Sorry, Johnny. Mach halt's mal. Oh, lol. Oh, lol. Ja. Brauchen wir noch ein Band für eine andere Lane irgendwie? Wenn Johnny auch doch was mal noch Seju bannen, ja. Eju? Ja, der spielt viel Seju. Maxi möchte, dass du Ari pickst, Johnny. Ja, gut. Hatte ich eh vor. Das ist letztes Mal, glaube ich, für Trundle gegangen. Ich denke, wir werden wieder für Trundle gehen. Boah, wir müssen einfach Kevin ficken lassen, so. Ich habe halt keine Champs mehr. Das ist echt. Also gegen Sion. Ne, Jax gegen Sion. Trundle. Ne, ist auch kacke. Weil das mit einer schönen Klett. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich Trundle, Ne, na, gegen Sion ist Ripp. Okay. Äh, wenn ich, wenn ich, Trundle picker muss aber campen. Also da müssen wir die ganze Zeit mit Pillout ult. Ja. Wir sind unten fein, denke ich, 2-2. Wurde wahrscheinlich pushen, denke ich. Aber, ja, was jetzt Snowballen. Können wir Toplane jetzt picken oder muss ich jetzt mitleiden picken? Weiß ich nicht, ob das, ja, lass Toplane picken, denke ich. Besser. Ja, lass mal für Trundle gehen. Quarte. Pick, pick mir Jafen. Jafen, 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 Jafen. Jafen, 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 Jafen. Jafen, 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 Jafen. Ja. In Sion. Ja. Krass, oder? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also Camps sind easy. Und ich kann den Heilbronnieren picken. Ja, man lehrt mir aus im Leben, ne? Sag ich ganz ehrlich. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber... Hmm, Karsix. Sorry, hast du nicht mehr Konkurator. Seid nicht, ob der die Eier hat für Karsix zu gehen. Och, jetzt pickt er mir Ari weg, oder was? Das ist ja eine Frechheit. War das mit einer Söh? Nee, das ging Ari nicht so gut. Ich glaube, ich gehe einfach Kassadin und fick den. Nee, spiel doch K6. War das? Spiel doch K6. Unser Support ist dezett. Och, Mann, ey. Hatte ich letztes Mal schon so ewig Probleme? Ja, das waren die zu spät, komm mal. Och. Och. Jetzt können die noch voll lange überlegen, was die noch picken im Jungle, weißt du? Ja, die auch. Nee. Ja, nur Mittag. Nur Mittag. Das würde ich gegen Ari spielen. Äh, Kassadin. Wer? Oder Sündra. Dazu so die beiden Optionen. Also wenn du Sündra pickst, haben wir ein bisschen mehr Pressure early. Ja, ja, das sind halt die zwei Sachen, ne? Ja, dann machen wir Goki, aber die sind ja ready. Machen wir Goki, ja. Weißt du, vielleicht gibt es doch einen krassen Pick, den ich vergessen habe, aber... Annie. Anivia. Boah, Anivia gegen Sion und so was? Ist gebannt. Nein, machen wir gleiche Bans, ne? Anivia war doch nicht gebannt. Doch, Anivia war gebannt. War es Second Rotation, erwart? Ja. Was haben wir denn gebannt? Gangplank. Kaiser. Und Talia. Am Second hatten wir Kai Superia und die Joani. Ah, Leute. Also mit nur Aurelia und Joani. Aus der Hüfte raus, wäre ich dabei. Ich meine, viel schlimmer kann es nicht werden, oder? Aber da könnte ich auch eine Asi auspacken, oder? Okay, okay, okay. Oder so Vladimir. Achso, darf ich jetzt schon... Ich kann ja jetzt... Ich kann schon picken, was ich kriege, oder? Ja, ich denke so. Wäre dir auch sein gepickt. Ja, was pick ich denn jetzt, Jungs? Verzacht da. Weiß ich nicht. Johnny, du spielst, was du willst. Ari muss halt ein gutes Matchup, ne? Ich weiß es nicht. Kasani ist ein super Matchup. Symba ist auch ein super Matchup. Das ist beides. Schöner Set. So ein schönes Skill-Matchup in der Mitte. Ja, das ist gegen Ari völlig sinnlos, weil du kannst hier einfach... Warte, warte. Was haben die für Supporter? Was haben die für Supporter? Morgana. Morgana hatten die. Ach ja. Was haben die in Lars gepickt? Mitlein hatten die noch nicht. Hä? Nee, Quatsch. Die hatten Jungle noch nicht. Ja, lass mal noch warten mit, äh, lass... Ah, jetzt. Okay, gut. Ist so. Ja, mit Reksal könnten die halt Kasadin recht gut wegkämpfen. Jetzt einfach so komplett die Picks ändern, so. Ja, also der Reksal ist jetzt der Last Pick, oder was? Was ist mit Weizsacher? Hm. Bin halt gegen, gegen... Oh, kann man machen. Was ist mit... Weiß er, wäre nicht so bereit. Wayne, wenn es das Spiel auswärt, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob wir genug... Oh, wir haben Xaira Khan. Wir spielen ja eh Early-Games. Vielleicht ist das ganz geil, um halt Early-Games noch weiter nach vorne zu kommen. Aber dann würde ich Synthra nehmen. Na, nimm Synthra. Synthra, ist auch fein. Ja, ich glaube, mit Synthra haben wir mehr Early-Games-Fun. Mann, ich würde unbedingt Ari zocken heute. Das sind ja noch zwei Games, ne? Ja gut, aber nach dem Game werdet ihr sehen, wie scheiße Ari ist, und dann lasst der mich nicht mehr. Na gut, ich habe heute auch schon gesehen, wie scheiße Sui sein kann, ne? Ey, Junge. Ich war insane. Aber so. So nah waren 0 und 7 noch nie beieinander im Alphabet. Oh, im Alphabet der Zahlen. Okay. Im Alphabeten. Okay, ich picke Wayne. Tja lala. Tja lala. Ey, Tja lala. Das hast du eben schon mal gesagt. Ja, aber jetzt habe ich eine SMS bekommen. Ei. Jetzt wird es ernst, was du? Ja. So, ich spiele jetzt Trash, ne? Ja, ich habe doch keinen Bock auf Rakan. Du bist ja auch Trash. LOL. Okay, also Leute, ne? Wir haben eine richtig schön early mitkommt. Welcher Skin, Sola? Valentine, oder? Können wir wieder für Cosmic gehen. Na gut. Also ich muss gleich wahrscheinlich kurz zur Tür, dann machen wir kurz Pause gleich. Ja, also wir spielen rund um Top-Mitte, Botlanes safe. Botlanes, aber wir können längst mal eine roten Counter-Gänken. Wie ist das Underkey? Wie sehr machst du die Rexha lang? Äh, sehr. Sehr? Nice. Ja, schon. Also du kannst mir halt einfach immer sagen, ich muss halt für Push-Pashamana aufwenden, ne? Deswegen gib mir einfach Bescheid. Okidoki. Startet das Game bei euch? Jetzt. Äh, jetzt. Ah, ja. War nur ein ewig langer Timber. War ein ziemlich lange Null, ne? So wie du. So. Das. Alter. Ja, lala. In Nürnberg. Ja, lala. Ja, lala. Ja, lala. Ja, lala. Spandau. So, meine Damen und Herren. In Nürnberg. In Berg Nürnberg. Was ist in Nürnberg? Alles. Johnny, warum hast du nicht Level 7? Warum pickst du einen Champion, auf den du nicht Level 7 bist? Was ist das für ein Wind? Ich hab ja von... Alles. Einfach alles. Bist du da so ein Hipster, ja? Ja. Nee, ein Star-Hip. Alter, Tim. Der Krokodilbaum schlägt wieder zu. Der Krokodil... Wer ist denn, Alter? Okay. Da kommt eigentlich ein neues Stream-Hitert-Video. Ich guck jedes, Alter. Jo, war doch jetzt letztens erst. Ja, hab ich schon geguckt, Junge. Jeden Tag muss eins kommen. Jo, wahrscheinlich. So lustig bin ich nicht. Doch. Ich brauch immer ne Woche Anlaufzeit. Um alles zu sammeln. Ach, Quatsch. Du bist ein Tantur-Talent, was Entertainment angeht. Tanur-Talent. Tanur-Talent, was Ententraining angeht. Let's go, boys! Abfahrt! Die invaden wir? Ja. Ne, die invaden locker. Wir gehen hier hin. Kannst du topside starten? Wir wollen spielen. Guck mal hier! Guck mal hier! Erstmal bitte hin! Okay. Jawohl. Kommen wir mal. Oh shit. Erstmal der Hintergrundprogrammer ausmachen hier. Huh! Da war fast TeamSpeak weg! Ehm, ja. Ich kann topside starten. Maaaaaammmaaaaaammmaaaaaaa company Kommt halt darauf an, wie lange wir jetzt hier für den... Daumen presente. Doh! Da ist wer reingegangen. Echt? Ich schwöre. Wir sehen doch keinen. Nein. Das sehen wir doch. Doch. Ich schwöre, der ist wer reingegangen. Der Busch hat sich bewegt. Du hast schon wieder gekifft, glaub ich. Ne, drei. Uh, der Johnny-Face-check. Komm, wie du von Tim. Da kommt jetzt Beidig. Zack. Oh mein Herz. Soll ich einfach den Blue-Affekt ziehen, Jungs? Mach das, mach das. Lass das mal über Gameplan hier reden. Hab ich schon zehnmal. Du beginnst mit deiner Aufnahme einfach zu spät. Du hast über deinen Zug geredet. Na, wenn der jetzt mal drin stand, ne? Ach, dann ist es so. Nee, die, 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 die. Nee, 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 die, die. Nee, die, die. See ya later. Weg mit dem. Alter, das ist richtig, richtig toxik. Holy shit. Was man vorhin nicht? Ja. Vor allem wird Eis und Kass einfach richtig feiern, weil ich ganz genau weiß, dass er das immer macht, ist so eine richtig kräutige Sau, was das angeht. Ja, 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 ja. Rexer hat immer noch nicht den Blue. Ist der überhaupt angekommen? Nee. Ich hoffe doch. Der nimmt dir dann Geschwindigkeit auf. Ja, dann wäre ja alles klar zum Red. Da dauert ja auch echt 100 Jahre, ey. Was willst du machen? Jo, vor allem könnte ich den ja auch noch so richtig lang in mir halten quasi. In dir halten. Jo. Kann sein, dass er dich, kann sein, dass ich, äh, ja, wobei, nee. Ist der early in der Lage, dich zu invaden? Nee, oder? Nee, Rexer, ey? Ja. Ja. Ähm. Pause, 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 Pause. Wir haben gar keine Pressure hier. Kann er mich halt Pause drücken? Oh, ich bin die Seed. Hallo? So. Jetzt habe ich auch nicht alle Tage, Jungs. Die Aufnahme läuft. Das Internet ist... Jo. Jungs. Was soll ich euch sagen? Das ist ja jetzt... ungünstig, ne? Ich könnte natürlich den Router neu starten, aber offiziell habe ich halt noch Internet, ne? Die Jungs. Du sagst, ist ja Bendth!!!! Ich starte meine Router neu. Nichts alles nix! Ssala! Hei ssala! Lہ, pất ert ert ertann Ja. Wie heißt, es sind die Run? Das ist ja corešt und ist ja. андversteigend. Nah 1 Alle Weißt du jetzt Mal was? Wir schauen uns mal an den Linken-Fight� gegen den Blue-Waff aller Zeiten. Und dann bei der Linke Und dann die Ohrbeide und jetzt wieder die Rechte und dann die Linke und dann Beide und dann die Rechte. Okay, okay. So. Lieber hier Internet? Ich geh nochmal nach dem Router gucken, ne? Ich gönn mir mal. Schalala. Schalala. Da blinken jetzt zwei Lampen regelmäßig im Kreis. Und ich Idiot, werd mir grad das Handbuch vom Router runterladen. It did not work great. Schalala. Hey, sir. Gut. 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 Vielen Dank. Hier unter, wer arbeitet fröhlich. Was soll ich euch sagen, Leute? Dann irgendwo die längste Kähnenspannaufnahme aller Zeiten. Ja. Das sieht irgendwie nicht gut aus. Das Witzige ist, dass mein Handy auch keine Lust hat, über mein Moverding... ...irgendwas zu machen. Ja, ich glaube, mein Internet ist einfach wirklich weg. Da gab es kurz einen Hoffnungsschimmer. Aber sieht nicht so aus. Ich kann euch leider... Tja, vielleicht würdet ihr das hier auch niemals sehen. Weil die das Spiel gar nicht auch nämlich mit mir zusammenwenden können. Hm. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber wir gönnen uns den Spaß, ne? Kostet ja nix. Bitte geben Sie jetzt Ihre Kundennummer oder Telefonnummer ein. Natürlich kenne ich die auswendig, mein Lieber. Hä? Suchen wir mal. Ich konnte Sie leider nicht richtig verstehen. Schade. Wenn Sie noch keine Kundennummer haben, drücken Sie die. Ich konnte Sie leider nicht richtig verstehen. Am besten tippen Sie die Nummer einfach über Ihre Telefontastatur ein. Bitte wählen Sie für DSL die 1 für mobile OK DSL. Bitte wählen Sie für Fragen zur Technik oder zur Meldung einer Störung die 1 für Fragen zur Abbrech... Okay, Fragen zur Technik oder Meldung einer Störung. Haben Sie ein Problem mit der DSN-Leitung oder dem WLAN-Netz? Unser Tipp, trennen Sie Ihre Fritzbox bzw. Ihren DSL-Router für 20 bis 30 Sekunden vom Strom. Nach ca. 2 bis 3 Minuten ist das Gerät neu gestartet. Tritt keine Verbesserung ein, melden Sie sich bitte erneut. Bitte beachten Sie, wenn Sie eine Störung melden möchten, ist es erforderlich, dass Sie sich am Ort des Anschlusses befinden. Nur so können wir die erforderlichen Prüfungen zuverlässig mit Ihnen durchführen. Vielen Dank. Genau. Ey, lol. Was ist das? Hallo? Halt deine Stauzekundenservice, das Internet ist wieder da. Ja gut, dann hast du das auch gerade gejoint. Oh, tut mir leid. Ciao, Schantau. Tschüss. Aber ich bin halt immer noch nicht im Game. Alter, jedes Woche Schantau anschreiben, ob er einspringen kann, er immer, yo, kommt immer und dann alle. Ich muss mal, liegt neu gestanden. Vor allem, ich bin gerade in dieser Wart-Hotliner die ganze Zeit, lass mich da zuquatschen. Und auf einmal random bin ich im Test oder schreck mich richtig erst mal. Ja, sorry, das ist mir auch noch nicht passiert, ne? Nö, Rechnung kommt, ne? Wer hat von der Zeit, die hier verloren geht? Ich kann mir vorstellen... Vodafone, Johnny? Was? Vodafone? Nee, nee, nicht mehr. Vodafone. Ja, dann wäre das nämlich jetzt noch acht Stunden weg. Nee, nee, nee. Trying to reconnect, ja, das funktioniert ja prächtig, ne? Man könnte fast meinen, der Kleine ist für ein Reconnect nicht ganz ausgelegt. Ne, Riot! Ich weiß jetzt nicht, worauf du ihn auswitzt. Das finde ich ein bisschen... Aber wenigstens geben sie einen nicht mehr diesen Reconnect-Button. Der kommt jetzt gar nicht. Der fängst den Reconnect-Button aller Zeiten. Jungs, haben wir ein Reconnect-System? Nee, nee, aber mach einfach mal einen Button hin, damit die Leute das denken. So ist es doch. Ja, wurde ich gekillt? Nee. Da war nicht schön... Während Kutscha gesagt hat, mach mal Pause, mach mal Pause. Ich gebe Pause ein, auf einmal Pause. So, aber disconnect ist mir so, was? Warte mal. Was ist hier passiert? So, war ich weg. Timing war, glaube ich, ganz gut. Ja. Guck mal, bist du in Gefahr, bitte? Nee. Ey, das ist ja genau der Punkt. Bist du in Gefahr, bitte? Ja, du bist halt genau, als Kutscha Pause gemacht hat, wegen seinem Paket-Disconnect. Ja, eben. Wieder Johnny ist weg. Das habe ich ja sogar noch gehört. Okay, Leute. Ich wollte sogar Pause trinken. Okay, Freddy. So, also, Kutscha, Tim kommt jetzt gleich nach dem Blue-Bot. Wir werden Level 2 gleich und gehen einfach all in, okay? All right. Ich habe Exhaust und Ignite, ne? Wir können einfach auf die Morgana drauf. Geht kein Escape. Ach ja, der eine macht sich noch einen Kakao. Okay, Leute, jetzt willkommen zurück. Beziehungsweise hallo. Ich habe die Aufnahmen pausiert. Ich nicht. Bei mir könnt ihr den ganzen Spaß sehen. Während ich 1&1-Kundenservice an meine Reconnect-Button. Yo, Chantal ist, by the way, richtig mad jetzt. Hey, Chala-Single. Ja, könnt ich auch verstehen. Chantal hat gesagt, yo, ihr scheiß Wichser, wenn ihr den Free-Win nicht wollt, spielt lieber mit der 60-Jahren-Alten-Morgana-Main. Nicht mein Problem. Alter, ich glaube, der ist wirklich gekränkt. Ich glaube, der meint das ernst. Ja, ich auch. Halt mal in die Kommentare, was wir Chantal sagen sollen, damit er nicht mehr so mad ist. Was für mad ist einer, Alter. Guck dir mal sein Leben an, da wäre ich auch mad. Alter. Okay, geht das zu weit? Ist das so eine Grenze? Das ist grenzwertig, mein Lieber. Egal, Chantal, lauf, Alter. Ich habe Aufnahmen gesetzt. Ich meine, man könnte sich auch Johnny's Elo angucken und das Gleiche denken, aber... Ach. Okay, da zieh mir die Grenze. Da zieh mir die Grenze. Mich auf, Kakao-Tröber. Ich glaube, das ist die E-Animation von Harry. Ich glaube, ich habe einen Charme in der Fresse, sobald ich es hier weitergehe. Ei, 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 ei. Achso, ich mache die auch noch mal an. Ich habe Power of Evil's Dream noch nebenbei an. Cool. Hallo, herzlich willkommen, Leute. Ist das dein Herz wirklich noch mal? Da gucke ich. Also die ganze Pause könnt ihr bei mir genießen. Ja, genau. 16 Minuten lang, 14 Minuten lang. Spielspaßspannung habt ihr leider verpasst bei mir. Der gegnerische ADK macht sich noch mal Kakao. John hätte gerade kein Internet. Das geht gleich wieder los. Hier seht ihr noch mal ein guter Teamkampf. Wollen wir Maxima richtig tilten und das Best of Five richtig ausschlachten? 65 Minuten Games? Also wenn wir zwei laufen führen, die Jungs, dann wären es fünf Games. Ich meine, der kackt dir dann aufs Bett nicht uns. Ready? Mir kackt der nicht aufs Bett. Ready, ready? Was ist denn die Kassel? Ich unpause, okay, Kevin? Unpause! Okay, okay. Also, Kutschi, ja? Nicht in den Triberschlaufen, ne? Zola. Wird schwierig. Ich wusste, dass es da ne Tripp ist. Ja, die wissen es. Ja, die wissen es. Ja, ich habe das gleiche Gefühl, dass die wissen, dass die hier den Watt ist. Nee, 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 nee. Ich bin nicht so krass defensiv. Wir können das trotzdem machen. Ich habe, wie gesagt, fix aus und beginnert. Rex ist aber jetzt auch zu und fertig. Aber wir gewinnen. Aber wir gewinnen drei gegen drei. Ja, wir gewinnen hundert Prozent. Oh, what? Ja, Rex ist fertig. Rex ist hier. Ich komme. muss ich noch nicht wir müssen irgendwie die meine offensiven haben es ausnutzen ja 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 am besten würde bisher mit drei haben sich aber das selbst dann treffen ist sehr trocken all den sloth in den früßes für die mir schließen aber dann werden wir früher level 3 jetzt ich weiß nicht kontestet los hast die hier und hier raus rechser hier sechs sekunden wir können auch flash ab und da euch hinter euch hinter euch nach ja dadurch dass die uns kurz können die kettlers zu low die steht ein busch auf jeden fall die rechter nicht wählt die mich mit mich mehr wie im jungle ich hasse pause ich konnte drehe mich dann immer die richtig dumm da ich kann jetzt bitte eigentlich ich glaube die hat die zeit geholfen müssen dafür machen können wenn die als dann ist die hat man schaut doch keine wir haben jetzt werden jetzt besser wird noch kommt dann bin ich dafür dann kann ich mit der ich sie kann auch gleich ich kann auch runterkommen jetzt direkt. Über Trial. Die hat noch Flasht, die Dings. Harri immer noch Mist. Die dürften keine Bisse mehr. Rauf, 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 rauf. Nein, kein Heal, kein Heal, kein Heal. Nice. Wie, ich hab keine Assists bekommen? Nee, ich auch nicht. Ich hab die auch einfach One-Shotted. Die ist halt aus unserer Komo raus in deinen Sperr reingeflasht, glaub ich. Nee, nicht geflasht, sondern ge-Aid, oder? Ja, ge-Aid. Und dann geflasht, als sie in den Sperr... Sie hat Flash raus? Ja, sie hat Flash raus. Okay, dann können wir das richtig hart abusen. Obwohl, ich wechsle auf Flash, dann können wir auch theoretisch auf einen von den Beinen raufflaschen. Wie viel hast du? Seid immer noch Miss. Können wir die Killen? Dann hab ich BF. Ziemlich geil, glaub ich. Die hat da gewordert grad. Von hier krebsst du ja wahrscheinlich auch, wenn ich Stunner. Ja. Oh, Rex ist hier? What? Ah, Ari ist jetzt 6, Ari ist jetzt 6. Ich noch nicht. Na, die hat dann pink drin. Oh Gott, das ist Katastrophe. Warum hab ich den natürlich auch gekommen? Will die Vision clearen? Ah, okay. Ich glaub noch nicht gleich 6, ne, Kerr. Ja, ist auch gut. Aber wir haben immer noch... Natürlich ist da. Schatz. Ich glaub, dass die so schnell wieder da ist. Ja, es hat ja trotzdem nur geworfen. Steht einfach für... Gutes gehen sein. Dagegen bekommst du ja gut. Schönes Ding, Jungs. Kommt die Katze? Kommt sie? Nehme ich aber noch. Das war... Oh, denk ich auch. Ja, sorry. Ich hätte die einfach so vordrücken sollen, wenn sie drücken müssen. Ach, ich weiß. Ich hätte aber auch sagen können, dass ich drauf flash. Bot lane miss. Bot lane miss. Bot lane miss. Meint ihr die Moven? Mh, könnte sein. Kann auf jeden Fall sein, ja. Ich hab grad nichts anderes zu tun. Oh, Katon. Oh, Katon. Oh, Katon. Oh, Katon. Oh, Katon. Kannst du dich executen? Der hat die Picker canceled. Oder der läuft zu mir schon. Wollen wir hier chatten? Wollen wir hier chatten? Der ist los. Der läuft zu mir. Der läuft zu mir. Ja, stimmt. Okay. Die haben überviel time wasted. What the fuck, Alter. Der hat übel farm eigentlich mit 20 vorn vorne. Der hat keinen Flash oben. Ich kann's bitte in die XP gleich annehmen. Alter, dass die Control Boards an anderen Slots sind, triggert mich aus dem Leben. Yo. Hatte ich auch heute. Ich hab einfach Double Fairy Charm gekauft vorhin. Of Grace. Und ich hab's nicht gemerkt. Vor allem Potts und Pinkboards sehen ja auch noch halbwegs ähnlich aus, ne? Das ist richtig verstörend. Ja, ja. Da hab ich immer keine Sims. Ein Half für 6. Wir haben auf jeden Fall leveled dann. Ich könnte den Busch hier unten Pinkboarden für Tim. Äh. Oh, wow. Da hab ich die Gäste können wir testen. Morgana Mist. Was? Das war grad nicht wo Ari ist. Ah, doch. Ich bin ein bisschen tot. Oh, eben hier drüber. Kannste den Blue nehmen. Enemy Blue ist auch ab. Oh, ich bin tot. Ach man. Nicht so fährt mich 6. Ganz bitte wieder eine Wave nehmen. Ah, das ist das Waste. Ein bisschen mehr. Ich hab jetzt wieder Ulti. Ich bin da. Kannst du da mal rausnehmen? Ganz rein. Ähh. Dann bist du nicht weg. Waste noch eine Wave? ich hab zwei sekunden engage ich komme ich komme ich auch sechs stehen da das ist bitter ist das dumm holy shit kein der spere getroffen alter das war so und das timing war halt herbe hätten wir da noch der hiel gehabt hat wieder auch für die morgana hätten wir die dreize es gab 13 rausgegangen dass wir die ohne busen ja ja ich hab gleich und sind die free kills weil der double war auf dem will ich ja okay macht darum schon wieder unerlaubte dinge mit den gegnern aber machen wir mal klang gut so ein minion wie jetzt habe ich mit kleinheit nicht bei der web contest und so wie kann ich ja jederzeit geworden gehen aber ich glaube nicht ich glaube nicht nicht du musst die vordere minions klären die sporten mich du hast aber keiner pushen ich kann das nicht verändern irgendwie ist aber gerade so in die seite gelaufen so ein stück vor die wort sich auf jeden fall raus hier war ratten oder einer drin aber ich weiß nicht ob hier gewordet ist wenn man den pink und festen ok damit keine wischen drin ist wenn die markt wenn die kalten dumm steht und schott ich dich die ich bin tot wird er action machen die stehen als super nahm turd na wir haben keinen hier Ich schätze jetzt die Black Shield bekommen. Schade. Ah, die werden halt von botlein jetzt move'n, ne? Da kommt ein Wrexel wahrscheinlich. Ah, ne, die holt First Thread bitte. LOL! Die wollte First Thread hier oben. Können wir machen, oder? Die können nichts mehr. Ne, ja, sollten wir machen. Ich hab auch typisch ab. Ich lauf mal mit, da hat die Ulti-Flash. Hm, Ult hat die ab, ja. Äh, ne. Ult ist down. Vielleicht kann sie abfahren. Aber die wird brecken. Aber die läuft wahrscheinlich über die Mitte. Ach, wat ne Bullshit-Kacke, ey. Nice. Über die auch noch? Nichts ready gerade. Catelyn ist gleich wieder da, passt auf. Ihr Black Shield ist halt... Ari ist auch hier. Miss da raus, so. Kannst du mir kommen? Kannst du mir? Nein! Kommt zu mir, kommts 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 zu mir. Aaaaaaaaaaaaaaahaaaahaaaaaah! Das Spiel ist die übelste Clown für jetzt. Es hat Yari Old. Äh... Wahrscheinlich, oder? Dien und Mitte. Um schreien. Ich hab' das. Schreien. alles klar draußen mein fan kloppen ich habe 8 sekunden 0 ich sehe noch mal welchen wir verpassen ich kann nicht aber darauf kommt darauf ich kann top sein ja wenn sie dann noch nicht ja nein bruder muss los rex als bordzeit ab dein wort ja ja ich habe ich will noch nicht holen was ist das irgendwie so keine ahnung so unaubleber wer ist ein schaden rex rex also ist einfach freundin klicken und dann 800 schaden in ein face ohne dass irgendwas dagegen machen kannst dann auch in die mitte richtung mit was auch da war noch mal gerannt ich habe doch mit mir mein junger hat keine holz ja gut wird ja nicht machen können er hat jetzt keine fläche muss ich aber sowas konzentrieren zu wollen wir waren ich muss halt alles deutschen und sterbe ich aber ich traue mir das zu hat ja auch der juli frau der zwei haben wir die land verloren das dreht an der gut stimmten es ist richtig ja ich habe 15 sekunden so etwas wird wenn wir die kate holen kommen auch für kate morgana ist nicht da nicht ganz 100 pro war doch 100 pro die hat nichts zu suchen die mann nicht so halbieren rexai spot rexai spot die bock zu kevin hoch ich denke mal ich probier was anderes das wird nix ein toplan ist nicht so geil machen wir was anderes vor allem die bannen jede einzelne toplaner da kann man so spontan so kam mir so im brain war da bock drauf gehabt ja kevin lief auch ganz ordentlich das ist wie beim kochen nach rezept kann jeder kochen aber das ist das was den koch ausmacht muss improvisieren können einfach ein bisschen was zusammenwerfen dann schmeckt es geil passiert richtig 2-0 wann hast du wiederholt ich 60 ich habe in der minuten tp und noch mal begangen irgendwie ja noch kurz grump drive erwähnt rexai topside also wir können da hartforsen ich habe noch keine ult und keine sums ich musste mich auch aber ich könnte eigentlich raum kann sein dass sie jetzt geht keine ult die ari ne doch doch die hat nicht mehr ulti doch müsste wieder ab sein die hat vorhin keine ult ab glaub ich kann sein dass sie diesmal vision nehmen keine ahnung 30 sekunden habe ich ulti bist du dich blocken könnt ihr ich habe auch vielleicht gleich ab ich kann einfach auf die morgana drauf flashen theoretisch wenn ich ich habe zehn sekunden tp ich kippe natürlich du kannst bitte durch burschen wir können die beide holen denke ich warte mal flash gleich ab ja ich kann darauf flashen diese schneider geht die nicht zwei sekunden flash wollen wir what the fuck alter der komplett krank der scham alter der scham war richtig sick er war bei glaube ich nichts gewollt Wechsel ist wieder miss mit ne getroffen müsste mich los sein hätten wir das wieder da können die ketten bleiben dass sie bleibt ja ich glaube ein bisschen weg damit die denkt du bist alleine ich glaube nicht dass die bleibt naja jetzt muss man auch die können top beide gleich kommen ich komme auch ich komme auch denn elspots wir können mit wofür der mittag wie viel apm ah je hat keine oils oder ich glaube nicht wir haben auch immer zu die BSL glaube ich sogar nicht also das kopf hat sie oh shit ja gut aber das ist halt toll gewesen jetzt gerade meinst nie weg er hat doch irgendwie gar keinen bock auf leben ja das ist einfach mit kutscher ult gleich mit der turret nehmen reset nochmal kurz dieses auto der geräusch mit dem skinn ist so satisfying vielleicht oder mojana ich könnte darauf das hat noch cool aus black shield ja so leute ich komme wieder los von wo und hier wissen wo aries keine ahnung könnte ich schon mitte sein könnte ich schaue trappen aber da geht raus hat er noch ein hat sich jemand erzählt mit dank der reine gar kein problem hatte sie doch er kann halt wirklich nicht sein warum klingt bei sowas immer bei dir irgendwie polnisch ich habe auch ziemlich ich denke ich hab voll geimpft aber trotzdem 16 aber ich habe mich trotzdem geimpft ich denke sie wird sie sagen dann ist okay doch das war drachen holen go for drachen noch herald hälfte dann einmal kurz der schuld ab könnte jetzt auch top spielen auch noch mal ganz kurz ja ja das war ja auch nicht nur ich wollte das ist kann es sein dass sie mehr kann das sein dass ich jetzt einen stopp und morgana auch noch mit der mitte hat sich gelohnt der mitsch war vorhanden kannst du kommen ja runterkommt oder durch und noch hier die beiden er weiß ich nicht die frage sie an das based ich krieg mir damit die topwäfe holen wir können wir jetzt versuchen zu catchen können wir nicht oben bin ich bin die fahren, damit der Tirid nicht fällt. Ich hab in 600, 700 einen Finalee. Dann ist es GG. Wenn die jetzt Top bottom kommen, geht die für Nash. Ja, ich hab Flash-Ult auch, by the way. Reksa ist hier, Reksa ist hier, Reksa ist hier. Ja, Reksa ist hier. Nash, 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 Nash. Ja, ja, ja. Wie schön die Krabbe nebenbei. Jo. Gehen wir durch, oder? Geht durch, geht durch, oder? Jo, ziehen wir. Ich geh' auf. Äh... Man liegt am Helm. Keine Ahnung. Ja, ihr habt mich im Pit alleine gelassen, ich muss grad resetten. Ah, schön, kriegen wir alle wahrscheinlich noch. Ah, es passt, das passt. Ah, den Nashör lieber kriegen können trotzdem noch. Bissiert. Ja, ich hab auch einfach so mein E-Raus gemacht, hat gar keinen Sinn gemacht, dass ich da so bürste. Wenn wir uns einfach absprechen sollen. Ja. Reset, reset, einfach aus dem Tor. Ja, Toto wird es super low, fällt vielleicht sogar noch. Ja, jetzt kannst du hier noch holen, holen wir das schnell noch. Ja. Ich bin jetzt mega fett. Will die Kale innen. Wenn wir noch haben. Denn natürliches Jagdumfeld ist der Gegner-Jungle. Dort wartet er geduldig auf seine Beute, zack, schnappt zu, aber... Und sterbe. Und da ist er tot. Fuckin' Black Shield, alter. Remove. Die machen... Die werden zu tanky durch den Scheiß. Mir fehlt der Execute-Davage. Warte, ich hab's vergessen, mein Symbol zu machen. Was ist denn jetzt hier los? Ähm. Aua. Oh, okay, jetzt sind wir wieder. War der klassische Spin? Klassische Spinnt? Ein Game Clean. Ist da zu viel verlangt? Ja, die Pause am Anfang. Ihr habt nicht irgendwie ein bisschen... Warte auf zweite. Dann geht's los. Aber das erste war irgendwie jetzt so... Weiß ich nicht. Die Pause und dann wart ich kurz zurück zu dir, Kevin. Wir haben keine Pressure grade. So. Gehen wir mitte oder top? Top ist halt schon ziemlich lau, ne? Top, 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 geht ja. Ich hab auch Pink Watts mit. Klasse. Ja, wir können ja drauf rennen, ich bin so fett. Das klingt doch nach einer Taktik, liebe Köln. Let's go. Ja, wir gucken, dass wir das Space-State vielleicht baiten können mit den 3 E-Wern und den Q-Wern und Shit. Ich hab alle Botte, wir kriegen top, trotzdem wahrscheinlich. Hat die Ari geultet? Nee. Der Rake-Boss ist down. Scheiß, die Wand an. Ich weiß nicht, ob wir den nicht mehr kriegen. Wir sollten raus, glaube ich, oder? Ja, wir kriegen den. Weiß ich nicht. Hab ich was getraded? Ich hab ja schon. Ich hab ja schon. Ich hab ja schon. Ich hab ja schon. Was, 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 was? Nice. Ja, keine Ulti. Keine Ulti. Renn, 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 Renn. Renn, 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 Renn. So, wir machen keine Morgana, kein Black Shield, kein Krei. Das ist so dumm, dass die da ihr Bein Ding nur durchkriegt. Wegen dem fucking Black Shield. Ah, das ist mein QSS. Achso, sorry. Aber können wir machen. Also, die Morgana ist der einzige Weg. Ich hab auch Flash ulti, ne? Ja, aber wir ficken die halt einfach. Ich glaub nicht, dass die die Zeit haben. Ja, gut, aber dann stealen die den Drake. Guck mal, wenn der Rexer jetzt den nächsten Drakes, das ist auch kein Problem. Oh, die hätte den Tod nicht angreifen sollen, glaub ich. Was? Lass mal noch schnell reset in der Butter, Malle. Ja, ja, ich nehm die Mitte Waffe, dann hab ich, äh, static. Nämlich 4 Items. Und jetzt dann, alter Butter. Ich fülle relativ schnell ohne, ich nehm so Topside Jungle mit. Ich hol euch einen. Ah, jetzt kennt ihr euch mehr gerade, ne? Die hat kratzt, drei Stück. Und die Waffe noch an. Okay. Kommt alle Boote, Kinder. Alle Boote leben wie Papa nie weg. Ja, weg. Könnte wirklich so ein Name sein. Papa nie weg. Nie weg klingt richtig Russisch oder Polnisch. Richtig am Nie weg. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Graspi. Ich hab alles außer Flash Valley. Ich hab alles ab. Einfach, wenn wir die Ari oder Ari kennenlernen. Die Ari? Jaja, ich werd da einfach so lange alt. Boah, das ist Musik in meinen Ohren. Ich halt's da gleich drauf, okay? Ich zeig dir meinen Frodo Cosplay. Warte, warte, warte. Warte, wir warten noch auf Topside ein bisschen. Erst wenn die 4 sind, quasi, wenn einer Top gehen muss. Vielleicht, wenn überhaupt. Und die Caitlin wär so tot, wenn ich da rauf flashe. Können wir den Sion nehmen, da? Okay, okay, okay. Nimm den Sion, nimm den Sion, nimm den Sion. Nimm den Sion, Nimm den Sion. Nimm den Sion, Nimm den Sion. Nice. Ari? Oh fuck. Wie war das? Ich hab vielleicht Combo wieder. Wir können das spielen, wir können das spielen. Ja, ich. Kann ich Flash Sion? Nein, die Ult war nicht gut. Ich kann weiter pushen. Ich hab noch Heels. Toplane kommt auch gleich rein dann. Ich hab mal vom Q getroffen. Ja, kannst du reinkommen und dann kann ich followen. Was? 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 Nehmt? 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 ja kann ich verloren nicht mehr raus wie ich auch tut ja ich bin nicht richtig muss aufpassen dass die nicht wieder gehen das heißt ja nicht da nicht da nicht darüber schala hey schala potentic wave verstehe ich warum die morgana mit ihren kacken merck so fucking tanky ist sonja ist auch noch ja von mir von meinem der mensch ich hab es ist auch nicht machte mit einer kombo nicht an der selbe leben ich werde dann wird kommt zu mir zwecker leben und das blick ist inzwischen ich ordentlich nicht der pläscher oder die käte soll sie jetzt nicht unterschätzen so ziemlich dick hat die ari geultet hat die ari geultet ich glaube nicht und lass das mitte das ich glaube das können wir feiten die gehen auf mich ja ohne morgana ist die ari want shot oder nicht ari ulti wenn es gehen das können wir testen hinter uns seien hinter uns seien gehen wir auf den seien gehen ja 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 ok ok fast 20 bis ult ja nice können wir nash laufen die hier alles die sind base die sind base ich bin schnell da ihr könnt schon anfangen ich komm dann zum smiten wenn er meine ich glaube ich mache es schnell als ich da bin naja rex der mutter sollte nicht rechtzeitig von extilen eigentlich ich habe in 60 gold jetzt finnischen weil ich kann spiele desto mehr troll ich gerade irgendwie in dem game ihr könnt einfach bottom gehen ihr könnt einfach bottom gehen das noch drake holen oder nebenbei dann haben wir drei und die einfach hier ablenken und ich aber zu fünft und ich vielleicht einfach auf deinen drauf wir haben eigentlich nicht so guten engage also wenn er nicht unbedingt gecatcht wird vom skateshots dann wir könnten auf dem den luen zu haben wollen inzwischen echt gut im game ja schätzen nicht ketten also die kräfte technisch sind ja auf jeden fall besser gerade dran weil kate ne kate dann ist ne ja ok aber ich bin soler ja gut das ist das neun grund mehr ja gut das ist neun grund mehr so hier wirds rarer dann roll ist halt huge wave ne ja lass die botwaffe mitnehmen wir haben dann tp gleich ready aber wir sollten mit land schon die prio holen ne ja aber warum denn wenn die pushen dann also wir brauchen ja die wave für nichts mehr passt einfach auf die wollen vielleicht trappen die wollen irgendwo hundertprozentig gerade trappen dann nicht im jungle hier laufen am besten außen rum wir gar nicht hier vielleicht passt auch hier okay ich versichere ich versichere jetzt erwarten dass kevin am töd ist also ich brauche noch ein bisschen bis zu euch ja wir haben jetzt gar keine pleasure die könnten ungefähr sieben jahre aber hier kein charme so vorsichtig vorsichtig ich kriege jetzt auch wir kommen zu dir gerade aber kommt zu den wir sind hier vier hier schaffst du doch bei uns nice können wir mitte gehen wir engagieren vorsichtig einfach noch einfach bisschen gage weit ich werde gleich solar kann man aber keine holt extra kein flash du bist ja ob die kettel fäscher die mum zu dir das sind ja die kommen bekommen bekommen komm mal ran mit der verhindern ja ne bote ST OF zwei will das so mal so ich hab bin dafür 四 сол zwei auch hog oder